Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Wasserhärte zu Hause ganz einfach und schnell entweder mit einer Titrierlösung oder mit so einem Teststreifen messen und vor allem auch bestimmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Schauen wir uns das erste Mal die Teststreifen an, die meistens kostenlos beim Kauf von zum Beispiel einer Kaffeemaschine mit dabei sind. Hierfür stelle ich meine Armatur jetzt mal auf kalt, lasse das Wasser erst einmal ein paar Sekunden laufen, dass hier wirklich auch kein stehendes, erwärmtes Wasser in meinen Rohrleitungen mehr ist. Und danach gebe ich mal ein Glas darunter und fülle dieses einfach komplett mit dem kalten Wasser auf. Nun öffne ich erst einmal meine Verpackung hier, nehme den Teststreifen heraus und diesen gebe ich dann für circa eine Sekunde hier in mein Wasser ganz hinein, wieder raus, schüttle es noch etwas ab. Und jetzt muss ich mal noch kurz warten. Wenn sich nach circa einer Minute hier unten bei den Balken die Farbe nicht mehr ändert, können wir auch das Ergebnis einmal mit der Tabelle hier oben vergleichen. Und ich denke, man kann bei mir relativ gut erkennen, 5 rote Balken entspricht hier 5 rote Balken, 25 Grad deutscher Härte, beziehungsweise natürlich auch etwas drüber. Doch dieses Ergebnis kommt in 23 Grad deutscher Härte angegebenen Wasserhärte, die wo bei mir in der Gemeinde angeblich vorliegt, doch relativ nah. Die zweite Methode mit so einer Titrierlösung ist noch einmal genauer und meiner Meinung nach auf jeden Fall zu bevorzugen. Zuerst einmal befülle ich meinen mitgelieferten Behälter genau bis zur ersten Markierung, dann sind es nämlich genau 5 Milliliter. Danach gebe ich jetzt immer einen Tropfen von der Lösung hier einmal in mein Wasser hinein und dann schüttle ich das Ganze ordentlich durch. Auch bei mir ergibt es jetzt nämlich eine rote Farbe, weswegen ich auch erneut einen Tropfen hineingeben kann. Und das mache ich jetzt einfach mal so lange, bis sich hier unten meine Farbe nämlich schlagartig von Rot auf Grün verändert. Wichtig ist, du musst unbedingt die Anzahl von den Tropfen hier aufschreiben, beziehungsweise bei mir Nummer 3. Und das mache ich jetzt einfach mal etwas. Nach genau 25 Tropfen ist hier innen drin die Farbe von Rot auf Grün umgeschlagen, was bedeutet, ich habe meine Wasserhärte auch schon bestimmt. Denn ein Tropfen von dieser Titrierlösung bedeutet genau 1 Grad deutscher Härte und da ich ja hier jetzt 25 Tropfen drin habe, habe ich auch zu Hause einen Härtegrad von genau 25. Und wenn wir uns jetzt mal noch die Tabelle hier anschauen, die wo übrigens mitgeliefert worden ist, dann können wir hier unten bei 25 Grad deutscher Härte schon erkennen, dass ich relativ hartes Wasser zu Hause habe. Und somit haben wir die Wasserhärte zu Hause auch schon schnell und einfach bestimmt. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens auch solche Teststreifen, eine Titrierlösung oder vielleicht auch gleich eine Enthärtungsanlage zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also 1-Belösung der Silien hier zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Untersilien. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.